Morgen beginnt der erste digitale, volldigitale Parteitag der CDU Deutschlands und nicht nur der CDU Deutschland, sondern überhaupt einer Partei in Deutschland, denn noch nie hat eine Partei in Deutschland ihren Vorstand auf einem digitalen Parteitag gewählt. Dieser digitale Parteitag ist Auftakt in der Superwahljahr 2021 mit sechs Landtagswahlen, zwei Kommunalwahlen und im September mit der Bundestagswahl. Wir haben im Bundesvorstand auch eine Berliner Erklärung anlässlich des Parteitages verabschiedet und unter anderem unterstützen wir darin auch Bund und Länder in ihren Anstrengungen so schnell wie möglich, so viele Menschen wie möglich zu impfen und damit auch dem Licht am Ende des Tunnels näher zu kommen. Daran arbeiten wir mit ganzer Kraft an der Bekämpfung der Pandemie überall in der CDU und alle die Verantwortung tragen, ob in Parlamenten oder in der Exekutive oder auch vor Ort in der Kommunalpolitik. Das Präsidium und der Bundesvorstand hat ferner Annegret Kramp-Karrenbauer ganz herzlich für ihre Arbeit als Bundesvorsitzende der CDU Deutschlands gedankt. Und ich will mich hier auch in dieser Pressekonferenz ganz ausdrücklich nochmal diesen gemeinsamen Dank persönlich anschließen, denn es war eine sehr, sehr gute Arbeit, eine sehr vertrauensvolle Arbeit und es war eine sehr freundschaftliche Arbeit. Wir haben ferner bekräftigt im Präsidium und auch im Bundesvorstand alle miteinander, dass wir, egal wer neuer Vorsitzender der CDU Deutschlands wird, gemeinsam hinter dem neuen Parteivorsitzenden stehen werden und gemeinsam diesem Land dienen werden als große Volkspartei der Mitte. Die Bundestagswahl wird eine Richtungswahl sein. Bleibt Deutschland in der Mitte mit der Union als führende Kraft in der Bundesregierung oder wird es ein Linksbündnis geben in Deutschland? Darum wird es gehen und wir stellen die Weichen dafür, dass wir die Menschen von unseren Vorstellungen auch für diese Dekade überzeugen werden. Und der Auftakt ist, wie gesagt, dieser Bundesparteitag hier live aus dem CDU-Studio in Berlin. Ferner hat der Bundesvorstand einen Antrag eingereicht morgen für den digitalen Parteitag. Da geht es um die Digitalisierung der Parteiarbeit. Wir sind die digitalste Partei Deutschlands. Und das bringt dieser Antrag auch mit seinen Inhalten noch einmal zum Ausdruck und unterstreicht unsere Forderungen, die wir bereits auch in der Öffentlichkeit formuliert hatten. Können Sie bestätigen, dass die Kanzlerin auf schnelles Handeln und Verschärfungen in Sachen Corona-Maßnahmen gedrängt hat? Eine Frage aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist das. Es ist ja so, ich berichte ja grundsätzlich nicht über einzelne Wortmeldungen oder Wortbeiträge aus dem Präsidium und dem Bundesvorstand. Aber wir alle wissen, und das ist sicherlich keine Neuigkeit, dass die Kanzlerin in großer Sorge ist mit Hinblick auf die Zahlen. Wir wissen, dass alle, die in der Regierung Verantwortung tragen, sich auch genau die Zahlen anschauen, die in anderen Ländern zu beobachten sind. Beispielsweise in Irland. Die Mutation macht uns allen große Sorgen. Und die Kanzlerin ist in großer Sorge mit Hinblick auf die aktuellen Zahlen. Vielen Dank.